Hallo, mein Name ist Miriam Gleixner, ich bin Produktmanagerin für Reithelme bei der Firma Uwex. Ich darf euch heute den neuen Kinderreithelm vorstellen, Onyx. Es ist ein sehr leichter Helm mit 275 Gramm. Er ist gut belüftet, hat vorne Einlaufkanäle und hinten kann die Luft abfließen. Es ist der erste Helm, der ein Feuringsystem hat, das heißt, er kann mitwachsen von der Größe 49 bis 54. Das entspricht ungefähr einem Alter von 3 bis ca. 12 Jahren. Es hat die Uwex üblichen Features, wie Y-Verteiler, die leicht einzustellen sind, das bekannte Uwex Monomatik-Schloss, das aus anderen Helmen schon bekannt ist und dort jedem Kind auch einfach und leicht zu bedienen ist. Wir haben bei diesem Helm auch einen integrierten Schirm angebaut, der also nicht abbrechen kann, sondern gerade für Reitanfänger ideal ist. Es ist ein optimaler Helm für Kinder und das Ganze nicht in Germany. Wir sind Uwex. Protecting People. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Whether it Comics oder vegetables,ORB, oder Villabonik-Schloss war es HEIM. SKieri